Willkommen zurück bei The Elder Scrolls Skyrim. Wo bin ich denn hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer wüsst denn du? Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Okay, wollen wir die mitnehmen? Wie viel Gold haben wir denn? Moment mal. Objekte. Äh, tausend von Foto. Lass die mal mitnehmen, oder? So, anstatt von Julia. Oder wie hieß die? Lydia, Lydia. Ei. Ihr müsst etwas für mich tun. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ah, ich kann die ausrüsten quasi. Aber es geht nur mit Waffen. Was hab ich denn für? Hab ich eine schöne Waffe für sie? Wollen wir hier so einen Bogen geben? Ich hab gar nichts dabei. Lass mal gut sein. In Ordnung. Was? Was? War es das? Ja, komm her. Wir ziehen los. Wir wollten irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr wohin. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Irgendwo da oben in so ein anderes Königreich oder so. Irgendwas war. Ja, es ist ein bisschen länger her, die andere Aufnahme. Ich heiße euch dennoch herzlich willkommen zurück. Und das Spiel hängt. Das Spiel, wir warten einfach mal kurz. Ich denke mal, das wird sich gleich wieder fangen. Ich hoffe es zumindest, denn es. Aber eigentlich sollten wir doch in diesen coolen Ladebildschirm switchen, ne? Naja, wir warten mal ab, was jetzt passiert. Da ist er doch. Seht da wunderbar. Zauberbücher können beim Hofzauber im Palast des Jarl erworben werden. So. Kommt die Dame jetzt mit? Jawoll. Ich glaub, die hat's auch ein bisschen drauf, ne? Äh, wo verlassen? Äh, du hast ein Problem mit deinem Auge, Kollege. Wo bin ich denn hier? Haben wir hier letztes Mal aufgehört? Wenn ja, dann lassen wir uns mal die Stadt verlassen. Nein, tut mir leid. Nichts. Nichts. Tut mir auch leid. Ab nach Himmelsrand. Und dann gucken wir auf die Karte. Stimmt, wir hatten, glaub ich, dieses Diebeslager ausgenommen. Das weiß ich noch. Äh, was ich eigentlich gar nicht machen wollte zuerst. Und, ja. Wir wollten irgendwo hin. Ich muss gleich noch auf die Karte gucken. Irgendwo nach oben wollten wir. Auf ein langer Weg auf jeden Fall. Ja, jo. Jetzt haben wir wieder bin dabei. Ich muss gleich noch mal gucken, wie die Dame heißt. So. Du bist Je nasser. So, dann schauen wir mal aufs Kärtchen. Genau das hier hatten wir. Abgeschlossen. Und wir müssen da oben hin. Äh, rechtsklick? Nein. Standort, Ort finden, Ziel festlegen. Linke Maustaste. Ja. Alles klar, da wollen wir hin. Auf, auf. Achso, das war das mit diesen Erzen, ne? Okay, wir haben keine Erze mehr. Doch, Golderze zugefügt. Gut, dann machen wir das jetzt noch ab und zu. Vielleicht steigert sich dadurch ja auch unsere... Äh, Magie ein bisschen. Schauen wir mal. Muss nur gucken, dass Lydia, Lydia, Nasser am Start bleibt. Je nasser. Nasser. Wir nennen sie einfach Nasser. Ich weiß nicht, ob die hier runterhüpfen kann. Hopp. Also, wir können. Kann sie auch. Hm, anscheinend nicht. Dann zaubern wir uns wieder in Erz. Tada! Silbererz. Äh, gute Frau. Du hast nicht genügend Magika. Ich höre Schritte. Ach, da ist er ja doch. Mensch, dann komm mal her hier. Wir müssen doch in die Berge. Bestimmt da oben hin oder so. Mal gucken. Komm raus hier aus dem Fluss. So. Okay, Magika ist wieder voll und... Tada! Golderze hinzugefügt. Ja, wir werten einfach unsere Erze auf. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Äh, wie war das mit den Favoriten auf Q, ne? Genau. Ist ja meine Waffe auch noch mit dabei. Keine Ahnung. Unsere Magika regeneriert sich ganz gut. Da hinten brennt es aber ganz schön heftig. Mammut. Also, ist zumindest auf meinem Radar an der Stelle. Wir gehen mal gucken. Was uns hier so erwartet. Mit... Ein Hirsch. Oh, ein Mammut. Ich gehe ganz stark von aus, gegen Mammut sollten wir nicht kämpfen. Wir versuchen es trotzdem. Okay. Äh. Cool. Dann nehmen wir am besten, glaube ich, die Funken. Ja, Funken. Ne, Funken, Funken noch nicht. Mensch. Äh. Feuer, 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 Frost. Funken. Ne. Muss ich, glaube ich, doch gucken. Maggi. Flammen. Flammen hätte ich gerne. Flammen. So, dann einmal F5. Freeze. Okay, schnell speichern. Was haben wir hier? Ist hier eine Kiste? Nein. Schauen wir mal. Okay. Oh, scheiße. Ist hier ein Drache? Jep. Ein Drache. Herrlich. Da hat unsere Gefährtin irgendwie ein bisschen eingefroren. Aber sie hat richtig Bock auf den Kampf, wie mir scheint. Gott, das reißt sich der Drache jetzt einen Mammut? Krasser Typ. Da kämpft ein Drache gegen Mammut. Wir sind live dabei. Ist nicht so spannend, aber egal. Wenn der so eins für uns reißen würde, wäre er natürlich voll cool. Oh, der hat aber einen mächtigen Atem. Der Riese hat sich verdrückt, oder was? Oder die Riesen? Kapp dir mal so eins. Ich weiß gar nicht, ob ich den schön von den Mammuts wegbleiben. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein großes Problem gegen die. Ich weiß gar nicht, wo die alte jetzt schon wieder ist. Ich glaube, er hat sie gefunden. Klingt irgendwie ganz danach. Oder hat er hier noch was getrunken? Oh, der hätte hier die Krabben erlegt. Cool. Gefällt mir sehr gut. Solange er mich nicht angreift. Ich mach nochmal schnell L5. Oh. Brennen, Elender. Das kannst du nicht so auch, ne? Scheiß Eis Drachen. Aua. Cool. Wir sind ganz gut immun gegen den. Der Drache soll mal echt zum Mammutblatt machen. Dann können wir da nämlich irgendwas Wertvolles bestimmt rausziehen. Genau, gib sie ihm. Komm ruhig wieder zu mir. Ich zeig's dir. Das finde ich ja cool, dass man auch einfach so oft Drachen treffen kann. Sie nähert sich ganz schön den Mammut da. Und jetzt hat sie ein Problem. Die sind aber irgendwann ein bisschen mutiger als ich, ne? Ja, auf das Mammut. Mach es platt. Das hält ordentlich was aus. Da hätten wir nie eine Chance gegen gehabt. Das ist aber krass, dass die Drachen einfach so rumfliegen. Ich dachte, die sind nur so von der Mission her. Aber irgendwie... Oh, jetzt ist er da hinten. Was am töten. Ich kann leider nicht schneller laufen. Wir sehen auch irgendwie ein bisschen komisch aus mit unserer Salomase-Maske. Go Mammut! Get him! Oh, hat er jetzt einen Mammut belegt? Ein Fuchs. Der Fuchs rennt zum Mammut? Oder greift es jetzt den Drachen an? Oh, die haben sich den Drachen geschnappt. Alles klar, Jungs. Ich wollte nur mal gucken. Okay, die sind verschwunden. Hast du das Mammut? Ich umlaufe das jetzt. Schlammkrabben. Aua! Ach, die Krabben. Ach, wir haben eigentlich alles hinter uns her, was hinter uns her sein kann. Dann ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir den Drachen looten und dann schnell abhauen. Ja, sie hat gerade ein Problem, aber wir müssen sie nicht unbedingt mitnehmen. Durchsuchen. So. Und in dem Durchsuchungsbildschirm mache ich jetzt mal Schluss. Und in der nächsten Folge rennen wir davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.